Die Mutter sieht mich an. Sie weint nicht. Sie kann nicht weinen, geht es mir durch den Sinn. Der Funktionär zeigt mir den Zettel, ein abgerissenes Stück Papier, ohne Unterschrift. Vielleicht schrieb er noch mehr, fällt es mir plötzlich ein. Ich schaue die Mutter an. Ist das alles? frage ich den Funktionär. Die Mutter schaut weg. Ja, das ist alles, sagt der Funktionär. Erklären Sie sich! Die Mutter ist eine schöne Frau. Ihr Ausschnitt ist hinten tiefer als vorn. Sie hat es sicher nie erfahren, was es heißt, nichts zum Fressen zu haben. Ihre Schuhe sind elegant, ihre Strümpfe sind so zart, als hätte sie keine an. Aber ihre Beine sind dick, ihr Taschentuch ist klein. Nach was riecht es? Sicher hat sie ein teures Parfum.